so und so und so es ist so leise so wir sind bei Tag 4 oder waren bei Tag 4 und wir gehen jetzt weiter um ein Gott es ist zu leise es ist viel zu leise habe ich so das Gefühl dass man hier überhaupt nicht versteht das ist jetzt kommend wahrscheinlich ok 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 er zählen mindestens 1000 und vergesslich für 50 Minuten in Ruhe von der Mauer also dort merks und sie noch mal no should to answer Das ist ja eklig. Oh na, das ist eklig. Das ist mir zu doof. Nee. Und sonst 40 Punkte. Das gibt gar nicht. Okay, da muss ich lieber leise sein. Ich muss mich konzentrieren, weil das ist eklig. Das gibt gar nicht. Aber okay, das schaffe ich, das schaffe ich locker. Ohne Probleme locker flockig schaffe ich das, hoffe ich. Ja. Ah, jetzt habe ich schon vergessen wie das ging. Ah, ne. Boah, in Sachen merken die nicht mehr so schlecht. Drei mal jetzt, oh ne. Oh mein Gott, eins, zwei, drei. Boah, nee. Das ist eklig. Eins, zwei, drei. Und, okay. Was? Nee, scheiße, ähm. Nee. Ah, was? Ah, nee, ey, das ist so eklig. Ich will nicht mehr. Zweimal hintereinander. Das ist eklig. Zweimal hintereinander. Ich kann's mir nicht. Ah. Das könnte lange dauern. Das könnte etwas länger dauern. Und ich hab's einmal fast geschafft, aber dann hab ich nur einen Fehler gemacht. Ich kann's mir nicht mehr. 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 4 dort ist es konnte ich mich haben noch mehr und nähe okay ich habe trotzdem nachgefragt wo er nicht mehr hätte ich da auf Kanzler hat nicht mehr Mechner das ist schlimm R das ist mehr Paul Spiele wo man sich was merken müssen ist doch so Hausmann trifft die zielführende Punkten in den die anderen ist bewege die Moos wo ist das eh ja okay dieses Spiel mit dem Maulwürfen warte ach ich treff sie nicht das ist böse boah ich treff die nicht die zu treffen ist eklig die zu treffen ist eklig Qua bitte lass mich was sie viele Punkte A400 E ich hab's fast geschafft aber das ist eklig wird sich mein Hasen treffen ach irgendwie hab ich kochschmerzen ist so doof ich hab boah ich soll sie doch lieber noch mal kurz schlafen gehen weil ich hasse kochschmerzen ist das ist eklig ist okay noch eine halbe Minute da einfach nur ablaufen lassen die zeit und paar Hasen sehe ich hier vorne rauskommt mal was schafft Archer die Minderung mit gut zu essen noch mal ich hasse kochschmerzen Ebenen zu üblich Hasen miserablen Kuckuck spieler erreiche die Tür weniger als ein dritt und ich darf so von wachshaus weg das Tattoo wenn die wenn der Wachrücken er zu dreht drücke abwechselnd die erste geht dann so schnell wie möglich um vorwärts zu gehen wenn sich die Posten sind oh ne ach so ein halb das ist blöd das ist böse okay okay ah fuck ah das ist da das ist schwer aber auch nicht zu leicht t 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 ich will nicht jetzt nicht lang nicht schon rumhänge ich konnte mich halt nicht bewegen warte war unlogisch ich konnte mich halt nicht unterbewegen ich hab gleich schon nie schaffe ich das schaffe ich noch das ist so lange wird und ich hab keine Ahnung wie ich mich schon aufgenommen kann ok ich sollte mir Zeit lassen das wäre am besten wenn ich die Tasten drücke ach komm du hast sie doch gerade umgedreht und du willst kannst du jetzt nicht sagen dass 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 Raymond nicht sieht dieser fette Hause so viermal muss man das wahrscheinlich spiel das alles ab nie scheiß ich sollte warten dass er sich umgedreht hat das ich 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 alles ist gründlich so nah an diesen Fett Arman aber okay drei Spiele also ruhigen beruhigen beruhigen so schnell wie möglich tippen dass man sogar noch schneller vorankommt und er war am besten gehen wenn da steht lauf immer diese Tasten das geht gar nicht kann ich sagen dass du so langsam bist so mal warten so Das Spiel war auch etwas ätzend. Komm, das letzte. Äh, halte, tanze, la bamba, halte, fehlende, dauer, okay, tanze, linke, ist ja, wenn die anhause auf der linken, äh, ach, so, das heißt nur, ne, okay. Ähm, fuck, wie viele Punkte brauche ich? Okay, diese Musik ist auch los. Okay, das ist auch ein Plan. Ich seh's kaum, ich bin so schlecht gerade. So schlecht. Wie viele Punkte man, äh, wie viel, wie schnell das runtergeht, wenn man einen Fehler macht. Ähm, komm, das ist, ist packbar. Aber nicht, keine Ahnung habe. Wie viele Punkte ich brauche. So lange aber der Hase grün ist, läuft's bei dem Hasen das, dann. Okay, hier kriegt ein paar extra Punkte. Komm, lass es reichen, lass es reichen, lass es reichen, und, so. Auch nicht, kann auch noch mal wie viel ich brauche, bräuchte, brauchte. Das ist das ähnlich, das ist schon wichtig. So, was, nein, jetzt liegt, guck, wann nein. Oh, diese Kauschmerzen, ah, ich glaube, ich nehme halt nicht, da hab ich immer nicht so viel auf. Kauschmerzen, vor dem Blöden, rette das Clopox Baby. Das macht mir Angst. Wir machen die Wurzestör. Ja, das war's für heute. Was ist das? Ich will den Superhasen spiel Ich will einfach überall den Superhasen holen Mir egal, ich frag mich wie ich die kaputt krieg die überhaupt kaputt Das war aber dann ist das unglücklich Warte, ich mach mal schon mal Warte, ich mach mal schon mal Die Gräber geben wahrscheinlich auch irgendwas Was ist das? 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 Ich hoffe ich hab ihn jetzt, wenn nicht dann egal Was ist das? Was ist das? Kann es sein, dass dieser Roboterhase mir den Weg zeigt? Wenn ja, dann okay Komm jetzt komm zu Was ist das? Was ist das? Natürlich muss ich oben lang Was ist das? 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 Oh mein Gott, das war ich. Hm. 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 Oh. Oh no, mein Gott. Schlecht. Wenn du empfängst, dann hältst du immer. Hm. War eigentlich miserabel. Hm. Ich komme aber immer näher ans Ziel. Okay. Dann beende ich diesen Part. Oder was ist es? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Aber jetzt habe ich mich erst mal und versuch, die Kopfhörer sind loszuwerden. Ja. Ja.